Und die Schienen könnte ich auch mitnehmen, obwohl die Mine ist ja eigentlich ziemlich am Anfang gleich von der Höhle. Das könnte man dann auch später mal mitnehmen, wenn wir sie mal brauchen, weil ich brauche jetzt Schienen nicht erstmal so am Anfang. Da will man erstmal andere Sachen machen. So, wir haben auch schon das erste Mal Lava. Lava ist in der Taschen wieder, ne? Nächste Nervenziege. Ne, die war nicht von mir. Und da ist schon die erste Güterlohre. Mal sehen, was uns liefert. Looting. Äh, das ist Verbrennung, ne? Melonensamen. Das ist ja geil. Pumpkins sieht's, naja. Pumpkins finden wir auch oben. Ach, gleich Melonensamen. Ich erinnere mich an jemanden, der hat nicht so schnell Melonensamen gefunden. Ich sag's jetzt auch nicht. So. Gehen wir mal weiter. In der dritten Folge schon Melonensamen hier. Ist ja schlimm. Fangen andere gerade an. Ja, ist das Holzschwerd zu bauen. Ach, wen haben wir denn da? Hm? Kannst ruhig explodieren. Ist mir egal. Hier unten will ich nichts bauen. Hier will ich nur abstauben alles. Das ist ein Schlucht. Ein kleinerer, ne? Ich glaub, ich tu den Knochenmasen in einen Tor. Das nervt mich. Da wechsle ich immer auf den Knochen. Wenn er da Fackel so ähnlich sieht. Wow, was ist da hinten? Oh, was ist denn das? Ach, du Heilige. Ach. Hm, da hinten sind zwei Güterloren. Hier einmal eine Fackel drauf. Protection, das ist Schutz, ne? Ich hab gar nicht so viel Platz. Ach, Mensch, wer lauert denn da schon wieder? Da haben wir noch Kohle und Eisen drin. Na komm, reiß den doch mal mit. Natürlich nicht. Oh, da hat er ganz schön abgezogen jetzt. Ich glaub, ich mach mir gleich mal eine Eisenspitzhacke. Jetzt haben wir ja drei, äh, Eisenbarn dabei. Wenn die Spitzhacke ja dann Schrott ist, mach ich das. Natürlich. Er hat die Witterung aufgenommen. Ich hör ihn doch schon. Wie er immer angeschleimt kommt. Mit seinen klebrigen Füßen. Deswegen sind sie auch so lahm. Da rein. Da oben ist nur Bornisch. Ach, hier. Ihr seid auch nicht besser als eure Kollegen. Ähm, wir haben ja noch acht Dinger. Ich glaub, ich werd die Blume und so dann mal in eine Güterlohre tun. Vielleicht findet man ja irgendwann die Güterlohre wieder und können sie dann entleeren. Obwohl, in der Höhle suche ich eigentlich nicht nach Blumen und Samen. Ach, Baby-Zombie. Die sind noch viel schlimmer als normale Zombies. Die hasse ich so sehr. Ah, Enderman. Hier haben wir uns vorhin rüber gebaut. Den Setzling brauch ich auch nicht. Mensch, was hab ich denn alles nur dabei? Da haben wir nur Creeper explodieren. Die machen keine Geräusche. Ach ja, wie leicht für uns. Das Arme wohl unten drunter stellen und dann... Jetzt zerbricht das Schwert. Ne, doch nicht. Ach, hier war ich doch auch schon vorhin. Da eins ran, hier eins ran. Ach, du heilige, ey. Wie groß das hier schon wieder ist. Nein, ach du... Pff, gräb mir einfach mal den Kies weg und dann kommen die... Pff, sag mal, das lasse ich nicht mit mir machen. Und das ist der nächste, warte mal hier zu. Dazu, ganz feige. Hm, jetzt müssen wir uns eh nichts machen. Ähm... Ach, wir haben acht Eisenbahnen, das ist gut. Ich muss jetzt nicht erst warten. Wenn ich gleich mal zwei komme, dann bin ich jetzt richtig verschwenderisch. Weil wir noch nicht 40 Eisenärzte haben und das eigentlich schon fast egal ist, wie viel ich hier mache. Und die Schaufel vielleicht noch... Und die Schaufel vielleicht noch... Na, kommt's nicht durch. Hm... Na, komm, den Schauf mal auch noch. Wow, wow. Gleich zu. Jetzt kommen sie wahrscheinlich über irgendeine andere Kreuzung hier rüber. Wow. Sie zünden... Nein! Scheiße, scheiße. Oh. Hallo, was ist denn jetzt hier los? Nein, nein. Koppel, 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 koppel. Oh. Nein, nein, hier hat er mich geschlagen. Oh, wow. Ich glaube, jetzt bin ich tot. Ich stelle mich in die Mitte vom Block, damit mich ja keiner schlagen kann. Und dann erst mal hochgenerieren. Ey, Wahnsinn. Noch ein halbes Herz hatte ich. Ey, manchmal ist aber auch wirklich schlimm. Mann. Dann brate ich jetzt erst mal ein bisschen Eisen. Ne, komm, ich lasse mir das Toch generieren. Oh. Wie kommt der jetzt da hin? Hallo? Jetzt fallen die ja alle runter. Ja, dann machen sie es mir doch leicht. So, einer noch mal anderen. Du kriegst auch noch was. Alles umsonst heute. Das ist 34 vor... Pff, das schweißt dann weg. Ich brauch kein verrottetes Fleisch. Außer vielleicht mal so ein... So ein Sack ungefähr insgesamt für Hunde. Zum Füttern. Weil wir haben ja auch einen Teiger in der Nähe. Da war das schon sinnvoll, wenn wir da mal ein bisschen was haben. Aber nicht allzu viel. Also ich bin jetzt erst mal so ein bisschen auf Vorsicht. Ne, komm, das lasse ich mal. Dich kann ich ja nicht mehr sehen. Komm, dort. Sag mal, die sind überall hier. Überall. Ich muss mich nicht auf Peaceful stellen. Das will ich eigentlich gar nicht. Man kommt hier nicht mehr voran. Oder hätte ich das Let's Play doch auf 1, 5, 2 starten sollen? Oh, das ist so nervig, ey. Das glaubt mir kein Mensch. Na gut, man sieht's ja. Man sieht's ja. Ich brauch's da nicht 30 Mal wiederholen. So, komm, hier kann da ein Baum wachsen. Wird bestimmt ganz viel hier unten. Vor allem, wenn er noch 30 Mal weggebombt wird. Vielleicht wächst er wirklich. Oh, nicht da. Da würd's schon... Müsst's denn hier in die Mitte stellen. Oh, schon wieder so einer hier. Ich verb' das Fleisch gar nicht mehr auf von denen. Komm, ich mach's mal dicht. Och. Das ist ja auch sehr realistisch. Güterlohre. Oh! Vorhin die Schlucht, die würde ich gerne wiederfinden. Aber ich wurde ja aufgehalten. Ach, hier. Ach, da ist doch da die Güterlohre, oder? Genau. Brot! Das trifft sich gut. Kann ich gleich hier das, das hier lassen. Körbisse werden wir irgendwann auch oben finden, dann wird sie auch hier. Ist das schon Lava-Level? Ne. Das ist so ein Lava-Becken. Sie kommen ja so auf jeder Höhe vor. Ist zwar eine geringe Chance, dass sie hier vorkommen, aber... Naja, gibt's halt. So. Die Dinger nehmen ich mit, die können wir vielleicht gebrauchen für Bögen oder Angeln. Da vorne geht's lang. Ach, sieh mal nur an. Was ist denn das? Hoffentlich bleibt das jetzt nicht so. Das war grad so ein komisches Geräusch, ich weiß nicht, ob man's gehört hat. Ich glaub, das hängt mit den Boxen zusammen hier. Den Lautsprechern. Na komm. Ach, hier. Jetzt siehst du mal, wie alles zusammenhängt. Ach, wo wir zugebaut haben. Genau, hier ist das. Bitte nicht, äh. Hab ich lieber dich als die Baby-Zombies. Hilf mir! Nein, geh nicht! Ich bewahr mich vor diesen schrecklichen Kreaturen. Ich kann's auch. Ist nicht besonderes hier. Ist nur ein Cave-Spatter-Spawner hier. Da kann die zerstört, oder? Auf jeden Fall ausleuchten. So, kriegen wir ganz schön viele Fäden. Müssen die eigentlich immer hier drunter generiert werden, dass man da nie drüber kommt? Muss man erst wegschlagen, und dann können wieder neue Cave-Spatter spawnen. Mann, 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 Mann. Ich weiß, ich beschwere mich oft und gerne und viel, aber... Es ist eben so. Ist da noch einer? Ne. Achja, stand da in der Minecraft-Wiggy, dass dann die ganzen Gänge immer voll damit sind. Hab ich sie ein bisschen übertrieben mit den Fackeln? Ich glaub' ja. So, ich muss mal gucken, wie lange läuft denn die Aufnahme schon? 44 Minuten. Na gut, dann mach' ich an der Stelle jetzt Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn's dann wieder heißt, erkunde die Mine. Dann mal, tschüss. Tschüss.